Was geht ab Leute? Herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode von Rastigi Reagiert. Der King der Reaktionen ist endlich wieder zurück. Und auch wenn und wenn auch du dieses Format insgeheim vermisst hast, dann lass auf jeden Fall schon mal ein Like da, denn vielleicht gibt es da in Zukunft ja wieder mehr von. Und ihr wisst, da ich vor allem für Fiesta Online auf YouTube bekannt bin, will ich hier auch so ein bisschen mehr Exposure geben, vor allem für Fiesta Online, Content Creator, die vielleicht ganz coole Sachen machen. Hier haben wir Leonari, eine Clary, die abgeht im FS3. Das sind Emotionen, das sind Gefühle. Hier steppt der Bär. Leute, ihr wisst, ich bin der King of Reaction. Guckt mal, wie sie vermöbelt, Alter. Das krittet und krittet. Der Ordensritter, meine Güte, der hat sogar die Gilde Hobbs genommen. Die Gilde Hobbs genommen impliziert, dass man sehr gut ist im PvP. Doch bisher kann ich davon noch nicht so viel erkennen, Nikolai. Ja, auch mal. Da liegt ja Luna nämlich am Boden. Ja, so schaut es nämlich aus, meine Damen und Herren. Aber hey, PvP, Leute, immer sportlich nehmen. Hier wird mal so ein bisschen gestichelt. Hier wird auch hin und wieder geflamed, Leute. Seht es sportlich. Es geht hier nicht darum, ihr wisst. Ja, guck mal, wie sie da XD geschrieben hat. Wenn ich in League of Legends mit Hekarim 20-0 gehe und das Rank gewinne, schreibe ich danach in diesen Chat auch immer XD, XD, XD. Also in diesen Chat am Ende von so Matches. Das ist nämlich immer ziemlich lustig, wie ich finde. Ja, so, ähm, ich muss hier nochmal die Teams genauer anschauen. Also hier ist so ein Assassine in ihrem Gegner-Team. Und in ihrem ist ein, ich möchte sagen, ein Zaubi, ein Jäger und irgendwie so ein AFK-Kreuzritter. Hm, gucken wir mal, wie es weitergeht. Guck mal, die eine sitzt da einfach nur und guckt zu. Alter, vermöbelt diese Clary, die seltenste. Oh, jetzt hat der Assa aber zugeschlagen. Ja, ich werde euch das Video auch unten verlinken, damit ihr es euch selbst nochmal in Ruhe und Frieden begoogeln könnt. Und immer, wenn ihr irgendwie ein geiles Fiesta-Video habt, wo ich, ähm, drauf reacten soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Es geht nicht alles. Manche Videos, die Leute machen, sind auch unglaublich weird und komisch. Da kann ich dann nicht drauf reacten. Aber ihr könnt auf jeden Fall den Versuch starten, indem ihr einfach schreibt, guckt ihr das mal an. Dann gucke ich es mir wenigstens mal an. Und wenn es meinen persönlichen, sehr intransparenten, reagiere ich oder nicht, Regeln entspricht, dann kommt vielleicht eine Reaction. Aber wahrscheinlich auch nicht. Ihr werdet es halt sehen. Und guck mal, wie viel. Da war dein One-Shot. Da war dein One-Shot, Diggerchen. Ey, ohne Witz. Ich bin ja jemand, der Fiesta-Pvp oft kritisiert. So nach dem Motto, ist doch dumm, ist doch useless, was soll der Kram. Das hier sieht witzig aus. Like, I'm not gonna lie. Das hier sieht unterhaltsamer. I'ma be real with you, Moe. Was, Moe? I'ma be real with you, Moe. Okay. Alles klar, Moe. Ja, oh, praise. Das ging nicht gut für dich aus, mein Lieber. Da war dein One-Shot. Digger, das ist dein Head-Trick. Boah, Head-Trick ist so ein unangenehmes Wort. Ich weiß nicht, das ist zu speziell und spezifisch. Oh, guck mal, sie hat drei Sockel auf ihrem Cleary-Teil da, Alter. What the fuck? Boah, dieser Damage-Rick. Das ist aber Heiliger Ritter, glaube ich, wegen diesem Kreuz. Ich glaube, das kann Heiliger Ritter posten. Ich weiß es aber auch, ehrlich gesagt. Achso, ihr könnt ja diesen Chat da nicht lesen, weil ich dieses Dings darüber gemacht habe. Ich lese das eben die ganze Zeit und denke mir so, what the fuck? Also, ihr könnt da nur diese Sprechblasen von sehen. Ey, ohne Witz, warum spielen so wenig Fiesta PvP? Das sieht gar nicht so blöd aus. 100er Down, was meint er da mal? Ohne Witz, das sieht gar nicht so blöd aus, oder? Also, ich finde, so vor den Effekten, ja, und so, sieht das eigentlich ganz cool aus. Schade, dass so wenig Fiesta PvP spielen. Duin B? Duin B ist ein bekannter Mitländer. Achso, er meinte Down B und wollte wahrscheinlich nur Down schreiben. Hm. Das ging gar nicht um Duin B. Hm, achso. Sie wurde gestunt. Ja, lala, was ist hier los? Was ist hier los? Wow, die sagt, was ist denn das für eine geile Fähigkeit, wo die so, ähm, wo die so, äh, diesen Fire Rain macht? Das sieht irgendwie cool aus. Also, heißt jetzt nicht, dass ich mehr wegen dieser einen geilen Fähigkeit jetzt hier irgendwie ein Cleary auf 140 Level würde. Es ist ja, ach, was macht sie denn jetzt mit dem Chat? Muss ich das jetzt gleich anders ausblenden, oder? Ach, sie hat sie jetzt selbst ausblenden? Ah, okay. Perfekt. Hättest du auch von Anfang an machen können. Na, nicht so wichtig, Leute. Ich würde sagen, wir gucken es uns noch zweimal an, oder noch einmal an, weil ich, es war sehr wild. Ich bin ehrlich gesagt nicht mitbekommen, mitgekommen. Ja, soll die Reaction Season wieder losgehen? Das ist hier erstmal so ein kleiner Test, ein kleiner Versuch. Wie kommt es bei euch an? Wie kommt es bei euch an? Oder kommt es nicht so gut bei euch an? Darum geht es. Fiesta Online PvP ist sehr beliebt, was mir ehrlich gesagt unerklärlich ist, weil es eigentlich komplett sinnlos ist. Aber ich muss zugeben, es sieht immerhin cool aus. Also, das hier alles sieht schon cool aus, so. Ich meine, Fiesta Online ist ein Oldschool-Game. Es zocken nicht mehr so viele, alles true, alles true, wie auf so einer Checkliste. Ja, stimmt, Häkchen, ja, stimmt, Häkchen. Aber das PvP sieht cool aus. Sind leider nicht so viele hier, aber... Code 1, Alter. Nikolai, der Ordensritter, was ist denn hier? Oh, der Jäger wird so von dem Gladdy hier angegangen. Oh, der Gladdy trifft, nee. Wie viel Ausweichen hat denn der Jäger? Der Wald... Ist das ein Wald-Typ? Ein Waldmeister? Na ja, na, war mal ein XD. Habe ich schon erzählt, dass ich, wenn ich in Rank-Games mit Helikarim 25-0 gehe, Snowball und alles wegstompe? Habe ich schon erzählt, dass ich dann nach dem Spiel immer XD, 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 XD in diesen After-Game-Chat... Habe ich das schon erzählt? Okay, ich wollte es nur... Ich wollte es nur anmerken, Leute. So, ähm... Wie geht es denn weiter hier? Da ist der Waldmeister auf der Jagd. Tschu, 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 pju, 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 pju. Guck mal, wie viele blaue Pünktchen sie hat, Alter. Rückt mal ein paar davon, schiebt mal ein paar davon rüber. Ich würde mich freuen, ich brauche mehr Raymys. Spaß, Leute, ist nur ein Spaß. Kann mir meinen Gem auch selbst verdienen mit Farben und Tri und Tra und Tralala. Aber ich muss sagen, Leonari, für einen Cleary hast du ordentlichen Damage. Also jetzt mal ganz ohne Ironie. Ich meine, ich quatsche ja auch viel Quatsch gerade, aber ohne Ironie jetzt? Ihr Damage ist schon ziemlich lit. Also hätte ich nicht gedacht, dass diese Klasse so viel Damage raushaut. Mich würde mal ihre Skillungen... Äh, was? Mich würde mal ihre Skillungen interessieren. So rum. Mann, schade, dass so wenig Fiesta-PVB spielen. Das sieht irgendwie total cool aus. Aber da sind ja nur so zehn Leute oder so. Schade eigentlich. Ciao. Okay. Diese Fähigkeit ist noch nicht verfügbar. Stille. Ach, das ist ja cool. Dann kann man keine Fähigkeiten mehr einsetzen, oder? Boah, ist der schnell down gegangen. Aber jetzt wurde ihr Match-Freund wieder Alede. Oh no, der Upjumper. Da war dein One-Shot. Spiralkönig. Was ist das überhaupt für ein Titel? Den kenne ich gar nicht. Leute, ich weiß jetzt schon, die neue Reaction-Season wird... Sheesh. Digga. Wild, Digga. Ich hoffe, ich vergesse nicht, das Video zu verlinken. Wenn doch, tut es mir leid. Ich probiere es jedenfalls. Blub, 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 blub. Auf was soll ich noch reagieren? Schreibt es in die Kommentare. Ich kann nicht versprechen, dass es kommt. Ich kann aber versprechen, dass ich mir anschaue. Wobei, dieses Versprechen stimmt auch nicht. Wenn ich den, der kommentiert nicht mag, werde ich es mir definitiv nicht anschaue. Aber es besteht eine Chance, dass ich auf eure Fiesta-Videos reagiere. Der King of Fiesta, der King of Reactions macht das natürlich sehr, sehr gerne, Leute. Hast den Hut-Trick auch drauf. Hut-Trick ist ein viel zu spezielles Wort. Guck mal, die eine Clary, der einfach sitzt, wurde er jetzt hier auch attackiert. Äh, nee, doch, nee. Da ist schon wieder dieser Assassine. Wow, der wurde voll weggeschubst, Leute. Wo ist denn Kerbsen? Ich habe immer gehört, dass Kerbsen so eine FS3-Legende ist. Das ist in dem Video irgendwie nicht dabei. Ich habe schon erzählt, dass wenn ich mit Hecarim 30-0 gehe und mit dem Lethality-Build snowballe, habe ich schon erzählt, dass ich dann immer XD, XD, XD in den Aftergame schreibe? Schreibe? Ich finde es lustig. Du in B? Du in B ist ein sehr cooler Midlaner. Alter, dieses, äh... Dieses PvP ist wild. Ach, da ist ihre Skillung. Nein, es ist full aus. Also jetzt nicht full aus, es war irgendwie aus Guess, glaube ich. Aus Guess ist ja auch so dieses Oldschool-Imbane-Zeug von Fierste. Bang, 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 bang. Gib ihr die Klerie-Dings da, ja, ja. Hey, das sieht schon so cool aus. So ein High-End-Char. Ich glaube, das macht schon Spaß. Es ist halt ein teurer Spaß, weil erstens dauert es ewig lange, sich auf 140 zu leveln. Zweitens dann noch gutes EQ. Es ist ein sehr teurer Spaß. Für diese 10, 20 Leute, die und viel mehr interessiert das ja auch nicht. Das Ganze aber... Cooles Video. Ich verlinke es euch, wenn ich es nicht vergesse. Wenn ich es auch vergesse, tut mir leid. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, du machst weiter Fiesta-Videos. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.